Jebo Freunde, so begrüßt man sich auf Sulu in Südafrika. Ich befinde mich hier im Urlaub, aber da es Urlaub ist, heißt es nicht, dass man nicht trainieren muss. Also ich bleibe trotzdem fit, ich stehe morgens auf, mache ein paar Übungen, nur mit meinem Körper kein Gewicht. Ihr könnt es gerne nachmachen, zum Beispiel auch, wenn ihr in Urlaub seid oder wenn ihr keine Zeit findet, in die Fitnessstudio zu gehen. Ja, seht ihr sich an, da habe ich einen Sonnenbrunner, da brennt alles, bis gleich. Hier etwas zum Aufwärmen, den Fuss und... ... ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018 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 Und halten. 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 Bis jetzt die Rückenbrennen. Unter. Und wieder. So. Nach der Zeit spürt man etwas. Auch wenn kein Gewicht oben ist. Jetzt der Klassiker. Den jeder glaube ich macht. Liegestütz. Dann mal so an. Die Knappe zuerst verbreit. Und dann eng. Und dann auch mit deiner Hand. Wenn es geht. Dann eng. Ja. Dann. Wärme. 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 Im Rollerabgehende hat es etwas schwer. So, oder soll ich den Liegestütz? So, und dann machen wir auch gleich den Bauch etwas, dass es nichts mehr verhalten bleibt. Einfach mal realisiert werden. Meine besten Besucher sind beim Wetter, wenn ich einkriegen könnte. Ich habe dich nicht mehr so viel, wie ich mir nicht mehr so viel würde. So, ich habe mich nicht mehr so viel, wie ich es nicht mehr so viel kann. Okay, und ihr seid doch fit, ja? Und jetzt nehmen wir so die Schultern. So.